So, guten Tag allerseits. Nach dem letzten Beispiel zum Adapter geht es jetzt weiter zu einem anderen Design Pattern und zwar zum Observer, den Sie ja bereits zur Genüge kennen sollten. Schauen wir also in einer Aufgabe, ob man das sinnvoll anwenden kann. Wir haben hier eine Parkhaus Simulation und da hat es ein Parkhaus, Parking Lot. Das hat hier seinen Namen, eine Kapazität, Capacity und einen Füllstand, Occupied. Das sind also die Properties hier. Weiter hat es die Methoden Enter und Exit, womit je ein Auto das Parkhaus betritt oder darin einfährt bzw. dieses verlässt. Jetzt haben wir diese Klasse Program. Dort werden eben die Ein- und Ausfahrten der Autos simuliert und das in nebenläufigen Threads, mit so ein bisschen abwechslungsreicher wird und nicht deterministisch. Und dann haben wir noch so eine Display-Methode, die den jeweiligen Füllstand des Parkhauses anzeigt. Das Problem ist jetzt dieses Display, das macht Polling. Das heisst, es prüft in regelmässigen Abständen den Füllstand und gibt diesen aus. Und das ist eigentlich ein bisschen unnötig, denn entweder macht es viel zu viele Anfragen und Ausgaben oder es verpasst halt Ereignisse, wenn es zu wenig oft pollt. Und natürlich kann man hier diesen Intervall feintunen, aber das ist eigentlich die Lösung. Besser wäre es, wenn uns das Parkhaus jedes Mal darüber informiert, dass eben ein Auto via Enter das Parkhaus betreten hat oder in dieses eingefahren ist, beziehungsweise wenn wir mit der Exit-Methode benachrichtigt würden, wenn ein Auto rausgefahren ist. Also hierfür müssen wir jetzt ein paar Umbauarbeiten machen. Hier gibt es eine Anleitung, gehen wir dann gleich durch, aber zuerst hier die Ausgabe. Man sieht das so aus. Auto ist eingefahren, Auto ist ausgefahren. Dazwischen wir jeweils der Füllstand mehr oder weniger oft angezeigt, je nachdem, wie weit diese Ereignisse auseinander liegen. Neu wollen wir es so machen, dass einfach nur bei Ereignissen einerseits das Ereignis protokolliert wird und andererseits dann gleich der Füllstand mit protokolliert. So sparen wir uns unnötige Ausgaben und Anfragen. Also hat es schon vorbereitet, den Visual Studio Code, Parking Lot. Machen wir mal das Parkhaus selber auf. Das ist so eine Klasse Parking Lot. Name Capacity Occupied hat es. Name Capacity kann man nur über den Konstruktor setzen. Occupied kann man dann auch noch von aussen setzen, um den Füllstand zu ändern. Jetzt haben wir hier zwei Methoden. Die sind synchronisiert. Das heisst, es kann immer nur ein Thread gleichzeitig drauf zugreifen, um Race Conditions zu vermeiden. Das ist aber jetzt nicht unbedingt das Thema dieses Videos. Die Methoden machen folgendes. Also wenn ein Auto einfahren möchte, dann kann es das machen, sofern es noch nicht voll ist. Also wenn die Anzahl besetzter Plätze noch geringer ist als die Kapazität des Parkhauses. Dann wird die einfach hochgezählt, also die Anzahl besetzter Parkplätze. Wenn sie doch schon voll sein sollte, dann wird zu einer Invalid Operation Exception geworfen. Also kann das Auto nicht einfahren und dann beim Ausfahren das Umgekehrte. Also wenn das Parkhaus noch nicht leer ist, eins runterzählen. Das ist dann schon die Simulation hier. Das ist das Parkhaus für die Simulation. Die Simulation ist dann im Program.cs umgesetzt. Hier oben ein paar Konstanten, so Intervalle definiert in Millisekunden. Müsst ihr jetzt nicht beachten. Damit kann man rumspielen, wenn man möchte. Wir machen jetzt ein Parking Lot, also das Bahnhofparking mit 100 Plätzen und drei Threads. Der eine zum Auffüllen, der zweite zum Leeren und der dritte fürs Display, also für die Anzeige. Und die basieren jeweils von einer Methode. Die sind dann unten aufgelistet. Dazu gleich. Dann beginnt es, als zuerst fängt das Display an, seine Arbeit zu machen. Dann wird die Befüllung des Parkhauses gestartet. Wir warten hier eine für eine gewisse Phase, also fünf Sekunden, wo nur Autos einfahren, damit wir sicher immer Autos drin haben. Und dann geht das Leeren des Parkhauses auch los. Das ist dann morgen normal. Zuerst fahren wir mal viele Autos ein, bevor das erste wieder ausfährt. Und dann am Schluss warten wir einfach, bis diese ganzen Simulation abgeschlossen ist. Es kann sein, wenn das Parkhaus voll ist. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie das ändern kann. Aber in der Regel bricht man es selber ab, weil es würde recht lange dauern. Also schauen wir uns die Methoden an der Threads. Also diese Methode leuchtet in einem Thread, nach dem Zufallsprinzip. Random. Das ist dann das Intervall. Jetzt habe ich das Parking Lot, bekommen dann immer dieses Objekt, worauf diese Methode aufgerufen wird. Das ist das Parking Lot hier. Das kann ich dann casten. Und ja, ich habe dann so einen Zugriff. Wie der Mechanismus genau funktioniert, ist jetzt nicht so wichtig. Und wir prüfen, solange es noch nicht voll ist. Also ja, das Parkhaus macht die Prüfung selber auch. Aber wir machen es hier noch einmal, damit es offensichtlich ist. Fährt das Auto ein. Wir warten dann einen Moment und schreiben das dann hier auf die Konsole. Eigentlich könnte man das auch in einer anderen Reihenfolge machen. Nach dem Enter könnte man es direkt auf die Konsole schreiben. Aber ich lasse es jetzt hier, weil wir wollen das ja eh refactoren. Und dann die andere Methode Empty Parking Lots. Das Gegenteil von oben. Nicht sonderlich interessant. Und jetzt eben unten dieses Display. Das prüft in regelmässigen Abständen. den Füllstandort gibt hinaus. Also gehen wir mal ins README hinein. Kommt da Shift V, um es zu ändern. Schauen wir mal, was wir hier tun müssen. Wir wollen einen Observer implementieren. Das heisst, wir brauchen einen Publisher und einen Subscriber. Und dazu müssen wir die entsprechenden Methoden erstellen. Dann das Display. Das soll als Subscriber agieren. Dann machen wir so eine neue Cluster aus. Man hat es nur eine Methode. Dann müssen wir uns überlegen, wie wir die ganzen Ereignisse übergehen. Hier noch ein Tippfehl rein einerseits. Das ist nicht so wichtig. Wichtiger ist, wir müssen ja recht viele Daten übergeben bei jedem Ereignis. Also welches Parkhaus ist betroffen. Wie heisst es? Viele Plätze hat es noch. Ob wir ein spezielles Objekt machen wollen, um das Ereignis zu übertragen. Oder ob wir einfach einzelne Variablen übertragen. Das können wir vielleicht dann später noch refaktoren. Ja, und jetzt die Ausgabe. Die sollte an einem Ort stattfinden. Nicht mehr immer in jeder Methode separat. Also fangen wir einfach mal an. Parking Lot. Wir machen jetzt ein neues Interface namens Publisher.cs. Namespace Parking Lot. Und nennen wir das Park Interface. Wir nennen es einfach Publisher mal. So. Und was kann man mit einem Publisher machen? Einerseits kann man weiters abonnieren von dem. Der Publisher veröffentlicht Sachen und wir wollen sie jetzt dann abonnieren. Der Publisher ist ja dann das Parkhaus und das Display ist der Subscriber. Also ihr könnt das aussehen. Macht eine Void-Methode. Ähm, Subscribe. Und was kann man subscribe? Natürlich einen Subscriber. Äh, ja, Subscriber. Mal wissen. Ausführlich tippt, ja. Man könnte auch eine Unsubscribe-Methode machen, aber das lassen wir jetzt mal weg. Vor allem durch den Kern des Patterns hier implementieren. Gut, das gehört noch dazu. Äh, der Publisher muss die Subscriber notifizieren können. Nennen wir das dann Subvoid. Ähm, Notify nennt man das. Oder Update, typischerweise. Nennen wir das mal Notify. Äh, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau was. Wir müssen alles übertragen werden dem Subscriber. Ähm, wobei hier geht's eigentlich nicht um die Daten selber, sondern einfach darum, dass hier die, ähm, Subscriber notifiziert werden sollen. Der Inhalt wird dann über ein anderes Interface gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere. Gut, das wäre mal der Publisher. Jetzt machen wir das Gegenstück dazu, den Subscriber. Jetzt mal hier nach unten, oder ja, nach unten hier. Und das machen wir hier drin. Äh, der Subscriber braucht einfach eine Methode. Ich glaube, die heisst typischerweise Update. Und hier bekommt ihr jetzt die aktualisierten Daten. Äh, die Frage ist jetzt, was wir da alles übergeben müssen. Ich denke, es sind mehrere Informationen. Äh, also aktuellen Füllstand, Gesamtkapazitäten, Name des Parkhauses. Ähm, vielleicht ist es besser, wenn man hier ein Objekt übergeht, das wir hier dann erweitern können. Und dann müssen wir die Schnittstelle nicht mehr anpassen. Ähm, nennen wir es einfach mal Event. Okay, äh, vielleicht Event war jetzt nicht passend. Data, oder ja. Event ist ein Keyword, nennen wir es einfach Event Data. Also dann machen wir diesen Event noch. Äh, Event.cs. Das ist irgendwo rechts. Und unten, ja, Names-based-Parking-Lot. Und dann Public-Class-Event. Ups. Äh, und dann machen wir jetzt einmal ein paar Properties hinein. Es fällt da ein, ähm, Public-Int. Occupied, also wie viele Parkplätze gesetzt sind. Ähm, oder Capacity. Ja. Darin kann man nachher noch arbeiten. Und das schön ist, wir haben jetzt hier ein Event-Objekt. Und wie das genau aussieht, ist egal. Wichtig ist, dass es ein Event-Objekt ist. So, das werden mal die Interfaces. Ähm, jetzt gehen wir weiter zur Implementierung. Ähm, machen wir jetzt mal ein paar Sachen zu. Ob der Platz haben. Okay. Publisher-Subscriber haben wir gemacht. Jetzt gehen wir mal zum Parking-Lot. Und das soll ja neu als, ähm, Publisher dienen. Implementieren also das Interface. Okay. Machen wir das Interface nochmal hier auf, damit wir sehen, was wir alles implementieren müssen. Je nach Idee können Sie diese Methoden automatisch generieren. Aber das ist jetzt nicht das Kernproblem. Ähm, ich schreibe das mal hier oben hin. Ähm, subscribe zum Beispiel. Public-Provide-Subscribe. Subscriber, Subscriber. Und was machen wir hier? Ähm, wir müssen irgendwie diese Subscriber verwalten können. Darum brauchen wir hier noch, denke ich, eine Eigenschaft. Private. Nehmen wir da eine List. Subscriber, Subscribers. Gut. Und dann können wir hier die Subscribers. Machen wir eine kleine Liste. Eine leere. Und beim Subscribe können wir dann die Subscribers. Add, glaube ich. Können wir den Subscriber hinzufügen. So, jetzt haben wir hier alle Subscriber drin. Also hier kann man das abonnieren. Und mal die erste Methode. Remove lassen wir mal weg. Man ist dann für Lebzeiten abonniert. Zweite Methode. Public-Void-Notify. Ah, nein, es ist leer. Keine Parameter. Und jetzt hier geht es einfach darum, die Subscriber zu informieren. Wir müssen überlegen, ob die Schnittstelle tatsächlich richtig ist. Also angenommen, wir haben hier einen neuen Füllstand. Dann müssen wir das Notify aufrufen. Die Frage, was geben wir dem alles mit? Ja, ich denke, das können wir auch hier zusammenziehen. Dann die Daten, die wir brauchen. Dann gehen wir das Notips-Notify auf. Und hier ebenfalls. Was wir jetzt aber hier nicht wissen, wenn wir so machen, was passiert ist. Ist das Auto eingefahren oder ausgefahren? Ich denke, das wollen wir wissen. Da wäre es vielleicht doch nicht schlecht, wenn wir hier den Event schon mitgeben. EventData. Und der dann einfach noch übertragen wird. Wir müssen also hier schon das EventData-Objekt erzeugen. Und was dieser Event sicher noch braucht, ist irgendwie die Art des Ereignisses. Public-String-Event-Type. Also Auto eingefahren, Auto ausgefahren. Ja. Okay, haben wir das Interface auch noch verändert. Jetzt müssen wir das auch implementieren. New-Event. New-Event. So. Ich denke, ich wäre es gleich schön, wenn wir das im Konstruktor mitgeben könnten, was hier alles passiert. Wir können vielleicht diesen Event noch ein bisschen erweitern. Mein Konstruktor. Public-Event. Ich denke, der Event-Type ist so ein bisschen das Wichtigste. Nehmen wir das nach oben. String-Event-Type. Dann mit Occupied-Incapacity. Speigen wir das mal ab. Occupied, Occupied. Und Capacity gleich Capacity. So, dann hätten wir das. Jetzt müssen wir natürlich den Event anders erstellen. Also hier Entered. Gehen wir mit. Entered. Könnte vielleicht auch eine Endung machen, aber lassen wir es mal einfach. Dann haben wir Occupied. Das ist jetzt die aktuelle Occupied. Die hat gewachsen. Und Capacity. Und ich kopiere jetzt eine von unten hin, weil der einzige Unterschied ist hier Left. Der Event-Type. Ok. Notify hat jetzt diesen Event. Event-Data. Und das machen wir jetzt. Wir benachrichtigen unsere Subscriber. 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 In die Subscriber. Ups. Habe ich da gemacht. Und pro Subscriber machen wir jetzt dieses Update mit dem Event-Data. Ja. Hier in. Ah, for each. Doch in. Ja, wir wissen nicht. Außer Übung. Hier findet das Update statt. Ok. Subscriber wird jetzt informiert. Also es wäre alles bereit hier. Ich denke eigentlich, die Seter können wir uns sparen. Das machen wir aus dem Konstruktor. Möglichst wenig veränderbar machen, wenn sich nötig ist. So. Also. Auf der Podcast-Seite wären wir jetzt bereit. Jetzt müssen wir noch den anderen Teil machen. Das war ein Subscriber-Teil. Also jetzt Update implementieren. Die Frage ist, wo wir das implementieren wollen. Und die Antwort auf den Display. Aber das Display existiert ja noch gar nicht. Das meint eine Methode. Darum machen wir jetzt ein Objekt heraus. Display.cs. Namespace. Parking Lots. Public Class Display. Ähm. Da müsst ihr überlegen, was da alles reinmachen müssen. Also nehmen wir einfach mal hier den Subscriber, den wir implementieren wollen. die Update-Methode mit dem Event. Event-Data. Und das machen wir dann. Jetzt können wir eigentlich schon zur Ausgabe schreiten. Mal das Readme hier nebenan auf. was aussehen soll. Gut. Ähm. Vielleicht das Platz grün. Können wir vielleicht die Daten noch schnell extrahieren. Car entered left. Hier Event-Type. Aha. Parkhaus-Name haben wir noch nicht. Und dann der Füllstand. Das heisst, zuerst müssen wir noch den Event ausbauen. Namen des Parkhaus brauchen wir auch. Äh. Public String Lot Name. Den Namen kann man immer streiten. Wichtig ist, dass wir die Daten haben. So. Jetzt müssen wir natürlich noch beim Parking Lot das mitgeben. Äh. Hier haben wir da den Name. Das heisst, beim Erstellen des Objekts muss dieser noch mitkommen. Ich sehe, hier solche Sachen macht man nicht auf das erste Mal richtig. Man muss einfach iterieren und es wieder überprüfen, neu versuchen, bis man es dann einmal zusammen hat. Also. String Ausgaben noch einmal. Äh. Ich mache es mal ein bisschen so, dass ich die ganzen Sachen hier rausnehme aus dem Event-Data Objekt, damit die String Ausgabe kürzer wird. Also Event-Type. Ich gehe jetzt mal hier noch mit et ab. Event-Data.event-Type. Dann haben wir den Namen. String Name Event-Data.lot Name. Lot Name. Lot Name wird besser. Int Occupied Data. Occupied. Und dann noch int. haben wir noch Capacity. Event-Data. Capacity. So. Das haben wir jetzt. Ähm. Und beim Update soll ja eine Konsolenausgabe gemacht werden. Machen wir es direkt hier. Console.right. Ups. Dann hier los. White Line. Und dann String Interpolation. Okay. Direkt. Äh. Car. Enter left. Event-Type. Der Lot. Und jetzt gehen wir hier den Namen an. Lot Name. Da kommt ein Doppelpunkt. Äh. Occupied. Capacity. Height. So. Jetzt haben wir genau das Format hier. Ich habe ein bisschen das verkürzt. Indem ich die Strings abgespeichert habe. Ich nehme an. Wir brauchen hier noch den Namespace System. Damit wir die Konsolenausgabe tatsächlich machen können. Ja. Das wäre es jetzt mal. Also das Interface wäre implementiert. Müsst ihr noch schauen, dass man beim Display sonst noch alles machen muss. Geht's dann mal zurück ins Program. Ähm. Jetzt fangen wir hier an mit dem Refactoring. Und mache das ein bisschen grösser, damit man alles sehen kann. Also das Display ist kein Thread mehr. Das fällt schon einmal weg. Ähm. Starten wir nicht mehr. Kann alles weg. Und dann. Diese Konsolenausgabe können wir uns auch sparen. Das macht jetzt dann das Display. Und hier die ganze Display Funktion brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Das brauchen wir stattdessen. Machen wir das Parking Lot. Und dann machen wir das Display. Ähm. Ja. Nehmen wir nochmal Display. Das macht eigentlich hier nichts. Und dann. Jetzt versuchen wir das zu subscriben. Display. Ah nein. Das Bahnhof Parking. Subscribe. So. Das wird jetzt abonniert. Und jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir noch etwas machen müssen. Oder ob das schon so funktioniert, wie wir das wollen. Können Sie mal versuchen. Das ist ja. Ich bin auf den Fehler gespannt. Liste wurde nicht gefunden. Ah ja. Da habe ich sicher etwas nicht importiert. Eine Liste verwenden wir hier. Ähm. Ja. System Collections Generic. Ich denke, das wäre hier drin. Nächster Versuch. Okay. Kompiliert schon mal. Funktioniert. Und tatsächlich. Es klappt. Car entered the lot. Bahnhof Parking. Fühlstand wird korrekt angegeben. Ich unterbreche es mal. Als vorher hatten wir 17 von 100 besetzt. Car entered the lot. Jetzt sind es 18. Und hier left the lot von 19 auf 18 runter. Also das funktioniert eigentlich nicht ganz beim ersten Mal. Aber ziemlich nahe dran. Wir fassen mal zusammen. Haben hier das Program. Das Parking Lot fungiert als Publisher. Das Display als Subscriber. Äh. Wir subscriben das hier. Eigentlich brauche ich nicht mal den Namen. Können wir einfach New Display hineinschreiben. Äh. Und interessiert diese Instanz nachher nicht mehr. Mal schauen, ob das immer noch läuft. Ja. Das funktioniert wunderbar. Ähm. Ja. Wie gesagt. Dann Publisher. Deine Subscribe-Methode. Wo man sich abonnieren kann. Eine Notify-Methode. Womit es Events meldet. Subscriber ans Gegenstück. Die Update-Methode. Und man übergibt dem Event. Ein Event. Der Event selber besteht aus verschiedenen Daten. Äh. Es war hier sinnvoll ein Objekt zu machen. Da wir recht viele Daten übermitteln müssen. Andererseits hätte man auch hier das zusammenfassen können. Als Parking Lot. Da wären alle Angaben drauf. Aber den Event-Type hätten wir trotzdem separat gebraucht. Und da ist so ein Event-Objekt eigentlich keine schlechte Idee. Ja. Das Parking Lot dann macht eben diese Abonnenten-Verwaltung über eine Liste. Hier nur hinzufügen. Man könnte dann eine Remove-Methode machen. Und dann Notify benachrichtigt alle Subscriber. Und eben beim Enter und Exit wird das dann notifiziert. Äh. Vielleicht noch zum Abschluss. Was passiert, wenn wir ein zweites Display machen? Ich behaupte, es werden alle Ausgaben doppelt gemacht. Und genau so ist es. Ja. Vielleicht wollen sie ja mehrere Parkleitsysteme in der Stadt aufstellen. Könnte man vielleicht im Display noch einen Namen mitgeben. Damit es den immer auch mit ausgibt. Äh. Können wir gleich noch versuchen. Äh. Gebt den mal mit hier. Äh. Machen wir einen Konstruktor. String. Name. PublicString. Name. Hier nur ein Getter. Und Name gleich Name. Und dann können wir vorne in eckigen Klammern noch diesen Namen ausgeben. Ich bin gespannt, ob das klappt. A und B habe ich es genannt. Funktioniert wunderbar. Könnte auch so machen, dass wir das zweite Display erst ein bisschen später zuschalten. Nachdem die Autos anfangen auszufahren. Jetzt habe ich mir nur A am Anfang. Dauert fünf Sekunden. Jetzt kommt auch das B dazu. Genau. Das sind so ein bisschen die Autos, die man noch machen kann. Grundsätzlich wäre das Dropserver. Ich füge das noch hinzu. Ups. Gibt Status hat das alles hier nicht. Gibt Commit. M. M. Exercise 2. Parking Lot Observer. Gut. Das wäre es mal auf diesen Beispielen. Wie gesagt, es gibt ja noch diese Aufgabe 3, wo Sie vielleicht ein Bild herausprobieren können. Das zeige ich Ihnen jetzt nicht. Das können Sie freiwillig noch probieren. Ansonsten werde ich jetzt durch mit den Videos zu diesem Thema. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Das ist mal um ein Bild. Wie gesagt. Das ist jetzt ein Bild. Wie gesagt. Wir gehen.